Jetzt willkommen zur ersten Folge Bundesliga Update Spotlight. Durch dieses Format kann ich euch mehr Informationen in einem Video bringen. Fix. VfB leitet Bayern Torwart Nübel. War immer klar, dass wir uns bemühen werden. Guardiola kämpft um Bayern Ziel Walker. Unglaublich wichtiger Spieler für uns. Offiziell. BVB verpflichtet Sabitzer. FC Bayern holt gezahlte Ablöse wieder rein. Al Nasser setzt Bayern Frist bei Mané Entscheidung. München winkt Transferplus. Hura dann vor Wechsel zu Birmingham City. Fester Werderabgang statt Laie. Und zum Schluss noch Freiburgs Keitel sagt VfB Stuttgarter. Das war die neue Rubrik. Bundesliga Update Spotlight.